Guten Tag, ich heiße Fee, ich bin 19 Jahre alt, ich wohne in Karlsruhe, ich bin KSC-Fan, ich bin behindert, ich bin körperbehindert aber ich kann soweit alles verstehen, ich habe eine leichte geistige Behinderung, aber das ist nicht schlimm, ich kann sprechen, aber manchmal brauche ich einen Talker, ein Programm, weil ich oft nicht weiß, wie was geschrieben wird. Oder um zu gucken, ob ich etwas falsch geschrieben habe und ich möchte euch heute meinen Computer und meine Programme zeigen also, viel Spaß. Also, ich benutze dem Tinkpad Windows 10, seit zwei Jahren. Und ich möchte euch jetzt alles zeigen, wie ich male, wie ich schreibe, wie ich WhatsApp benutze. Fange ich mit meinem Talker an, also das ist der Communicator 5, von Tobi Dynafox. Das ist ein Sprachprogramm, mit Augensteuerung, aber ich kann ja mit den Fingern schreiben Ben und den Computer nutzen. Der Talker hat Symbole, und ein ABC, wenn ich das A drücke, kommen ein paar Worte mit A. G. 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 Guten Tag. V. Wie. Wie geht's? Eu. 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 Fragezeichen. Guten Tag. Wie geht's. Euch? So funktioniert das. Man kann auch andere Stimmen benutzen, aber für einen Monat ist die Stefanie meine Stimme. Dies ist ein Test der aktuellen Einstellungen für die Stimme. Dies ist ein Test der aktuellen Einstellungen für die Stimme. Dies ist ein Test der aktuellen Einstellungen für die Stimme. Dies ist ein Test der aktuellen Einstellungen für die Stimme. Dies ist ein Test der aktuellen Einstellungen für die Stimme. Dies ist ein Test der aktuellen Einstellungen für die Stimme. Dies ist ein Test der aktuellen Einstellungen für die Stimme. Seit Sein A Alle Stimme Stimmen F Für D Den T Ta Talker Das ist alle Stimmen für den Talker. J J J J Jetzt C Zu P Pa P A I I I Jetzt zu pehend. P A I Bei I I Ist I Ein P P R C T Zum portrayed Malen F F Mit Bild Bildern A Am K Computer Paint ist ein Programm zu malen von Bildern am Computer. E Entschuldigung Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bin ich mit Boxauto. Das bin ich mit einem Boxauto. Ein paar Bild Bilder brauchen mehr Zeit Komma bei T T T T Tag Tage Ein paar Bilder brauchen mehr Zeit, manchmal Stunden oder ein bis zwei Tage. D Das Malen I ist B Baby Einfach Komma A Aber Manchmal A Auch Schwer Wenn D Der K Computer K Kaputt I Ist O Oder V Wenn D Die P PC-Maus Hm Nicht T Tun Tut V Was I Ich will Das Malen ist Baby einfach, aber manchmal auch schwer wenn der Computer kaputt ist oder wenn die PC-Maus nicht tut was ich will S So I Jetzt T Zeigen Zeige Ich 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 Ihr Euch Ich Mein P H Ich P H H I Zeig P W H D E H S K So jetzt zeige ich euch WhatsApp, Mein Programm heißt, WhatsApp Desktop. Stop. 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 D. Das. W. War Ich Mein W. Das war mein WhatsApp. I. Ich habe I. Einen. I N T E R B R O G O Go K Ich habe einen Internet Browser, Google-Krummel. D Das I Ist Ich Mein A K Das ist mein Ökont. I A A B B A B A Das I ist ich mein j Das ist mein YouTuber. i Ich habe a auch f ei eine f a k s se 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 Facebook-Seite. S. So. D. Das. W. War. Ich. Mein. K. Computer. So das bin mein Computer. Ich. Ich. S. Sa. Sage. D. Danke. U. Und? A. Au Auf Wiedersehen Komma D Da Daumen H Ho Hoch Wenn Ihr Ihr Wollt Und Ab Ich sage Danke und Auf Wiedersehen, Daumen hoch wenn ihr wollt und abonnieren. Ihr Eure F Fee Felix Fee Fee Ich sage Danke und Auf Wiedersehen, Daumen hoch wenn ihr wollt und abonnieren eure Fee. Fee Fee Foo Fee 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 飛